jo leute was geht ab moritz gaming hier heute werden wir ein pilot auf ps4 ja ihr seht bin ich ja gerade in so einem riesigen flugzeug und da gibt es ja dann diesen klick wenn man sich unter das vorderrad stellt für die leute diesen klick vielleicht noch nicht wissen wenn man sich eher unter das vorderrad stellt und dann dreieck drückt also einsteigen dann ist man da drin und zwar geht es heute von los santos nach blaine county so 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 Das ist ein Walsch. So, hier sehen wir die Wastebank liebe Zuschauer. Ich wünschte, ich würde jetzt nicht auf Controller spielen, ich würde gar nicht auf PS4 spielen, also mit Controller, sondern so richtig Flugzeugsimulator, weil GTA 5 ist jetzt kein Flugzeugsimulator. So, liebe Fluggäste. Wir landen jetzt im... Ich glaube, das ist sogar ein bisschen klein für das große Flugzeug, oder? Na gut, dann ist es mir auch egal, wenn ich sterbe. Es sind ja eh bloß ich und Trevor drin. Ich bin... Nein! Hä? Lass mich raten. Entweder bin ich jetzt wieder irgendwo an so einem winzig kleinen Stein drangefahren, oder... Ich hab keine Ahnung... Ach, come on! Du saßt zu viertel, das würde nicht, dass die Sanitäter durchwecken. Ah, ich hab keine Ahnung. Oh, ich hab keine Ahnung! Wtf? Wtf? Geh es da aber mal kommen. Ja, das muss doch nicht. so schön jetzt acht kilometer also in solchen riesigen flugzeugen komme ich halbwegs klar mit solchen kleinen jet mit solchen kleinen privatschatz komme ich also es geht mit solchen kleinen privatschatz komme ich eigentlich ganz gut mit solchen ganz kleinen flugzeugen aber amker bei stehen armen abkommen mit solchen kleine mit hobschraubern so kommt nicht ganz gut wenn es ich weiß nicht warum ich immer Handbremse beim Bremsen ziehe so ausdruckt 8 bis ich bin mit Brügel das kommen und natürlich ist Jetzt lebe ich um den Steine, leck mich doch Oh Gott, das ist ein Fister, den soll ich hier nicht Nicht dann, safety first Wie dumm bin ich denn eigentlich, holy moly Junge, ich seh doch das Schild Ich bin so ein schlechter Autofahrer, weird short dagger Ich seh doch dieses freaking Schild Und dann fahr ich auch noch dagegen Ich beende hier einfach mal das Video Schau das nicht auf YouTube hoch